Ah, mit einem Lamborghini Ur-Bus. Oh Gott. Ah, der ist schon wieder so. Der ist schon wieder mit seinem Ur-Bus. Also, Deutsch-Challenger. Oh mein Gott. Wie im Huracan. Geil. Oh, jetzt kommt der Deutsch-Challenger. Geil. Ich kann auch nur erst mal einen Deutsch-Challenger. Wie geil. Ist cool. Wie geil. Dann bis gleich. Oh, Bentley. Auch schon ein echt geiles Auto. Echt geil. Ich hoffe, der Typ führt später mit seinem Huracan raus. Und dann mit seinem Ur-Bus bestimmt auch noch dann. Bis nachher. So, das ist nochmal ein Rolls-Royce. Platz. Frei. Und jetzt sieht es aus. Und gelb. Echt schön. Echt schönes Auto, ey. Und gelb. So, da geht jemand da raus. So, der Mercedes ist auch schon geil. Schönes Auto. Cool. Alles gut. Hellbазint. Wir resคnen. Trainitter. Die históliche Motoren. Wir sehen uns noch. Wir sehen uns. und wirklich und verdammt auch so interessant der lautet jetzt ein paar einige sportwagen wegdecken spiele davon noch alle aus den weg aber gut, es sind noch ein paar wenige, aber gut, jetzt habe ich alle erwischt, das ist schön. Das kommt ein Mercedes-Taxi, weiß für mich auch noch, aber hinten noch ein Bentley-Geländerwagen. Da kommt einer mit dem Bentley-Geländerwagen. Schönen Sie das, Audi. Kaltet dann bis später.